Mukri, ich kann's kaum abwarten. Wir werden jetzt die teuerste Basis aller Zeiten bauen. Die teuerste Unterwasser-Basis, Luke. Und ich bin sowas von dabei. Das wird so cool. Und das Highlight von Simukri City... Äh, warte mal. Was sehe ich denn dort, Leute? Luke, was ist das? Oder wer ist das? Äh, ich weiß es nicht. Aber die kommt auf uns zu. Oh nein, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Sag mir bitte nicht, das ist das verrückte Fan-Mädchen, Luke. Äh, was für ein Fan-Mädchen denn? Äh, das ist mein größter Fan, aber das ist kein normaler Fan, junge Luke. Die ist richtig verrückt. Äh, echt jetzt? So sieht die gar nicht aus. Okay, mein bester Minecraft-Spieler. Schau mal, was ich für dich mitgebracht habe. Ganz, ganz viele Diamanten. Hä, wow, danke schön. Oh, das sind kostenlose Diamanten, Luke. Damit können wir noch krassere Unterwasser-Basis bauen. Aber du meinst doch, die ist verrückt. Äh, ja, die ist schon ein bisschen verrückt. Okay, vergiss die Unterwasser-Basis. Lass uns zusammen heiraten. Jetzt sofort. Was? Auf keinen Fall. Heiraten. Ähm, Luke, wir hauen ab. Komm mit, Junge. Schnell, 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 schnell. Okay, ich würde sagen, wir fangen hier sofort an, die Basis zu bauen. Okay, die Untergrund-Wasser-Basis. Und dann können wir uns sozusagen auch verstecken vor ihr, okay? Ja, okay. Ich habe ganz viel Geld. Das bedeutet, wir haben gar kein Problem bei den Finanzen dieser Unterwasser-Basis. Ganz genau. Wir werden die nämlich aus Diamanten bauen. Äh, nein, wir werden die aus Gold bauen, Uckri. Aus Gold? Ich fange schon mal an aus Diamanten. Let's go, Leute. Äh, ich fange an aus Gold. Und Leute, lasst uns die ganz schnell bauen, bevor hier das verrückte Fernmännchen runterkommt. Und sieh, dass wir eine Unterwasser-Basis bauen. Und dann kommen die da rein und will auch sein Zimmer für sich da reinbauen. Aber nee, 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 die kriegt kein Zimmer. Die kriegt kein Zimmer, weil die ist richtig verrückt, Leute. Die will mich einfach heiraten. Ich kenne die gar nicht. Äh, Luke, warte mal. Machen wir jetzt die Basis einmal aus Gold und einmal aus Diamanten? Äh, ich würde sagen, wir machen so Diamant-Gold-Basis, oder? Also Hälfte, Hälfte. Ey, das sieht voll cool aus. Lasst uns so ein Muster reinmachen. Das sieht übel cool aus. Let's go, Leute. Ja, let's go. Zeig. Das ist die teuerste Unterwasser-Basis aller Zeiten. Oh, yeah. Hm, ey, wo seid ihr hin? Ich warte doch hier oben auf euch. Ich habe ganz viele Diamanten. Was, Diamanten? Ich liebe Diamanten. Äh, Uri, nein, die will ich nur da hinlocken. Bleib hier unten bei mir und baue weiter. Äh, aber, aber sie hat doch Diamanten gesagt. Ey, du hast doch nicht genug Diamanten. Du hast genug Diamanten, Uri. Aber ich liebe Diamanten. Ich will Diamanten. Nein, bleib hier. Nein, Uri. Komm her, gib mir die Diamanten her. Steh, 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 steh. Okay, nein. Okay, nein. Okay, hier hast du deine Diamanten. Die habe ich extra alle für dich gefarmt. Ich war da für drei Tage wach und habe nicht geschlafen. Äh, warte mal, nicht geschlafen? Oh, ja, und jetzt spüre ich, ich denke, ich bin verrückt geworden, weil ich nicht mehr geschlafen habe seit drei Tagen. Äh, du warst schon immer verrückt. Aber auf jeden Fall, danke für die Diamanten. Wir gehen jetzt wieder hier runter. Äh, warte mal, habe ich verraten, wo wir jetzt die Basis bauen? Äh, ja, Uri, hast du. Was? Ihr baut eine Unterwasser-Basis? Hey, lasst mich mit euch bauen. Ich komme mit dort runter. Oh, nein, Luke, jetzt habe ich es, ich würde sagen, ich habe es eigentlich alles kaputt gemacht, Junge. Jetzt wird die mit uns die Basis hier vorne bauen, oder was, Luke? Äh, ja, okay, aber können wir die nicht noch irgendwie verstecken? Ne, ich glaube nicht, die kommt hier schon runter. Oh, nein, wir haben es komplett verpupst, Leute. Warum magst du Diamanten so sehr? Ah, Mann, sie hat mich angelockt und manipuliert damit. Ey, aber Fan-Mädchen, kannst du eigentlich gut bauen? Oh, ja, ich bin dein größter Fan und ich kann noch besser als du bauen. Und ich habe alle deine Videos gesehen und habe mir alle deine Skills angeschaut. Oh, yeah, ich kann die alle. Äh, warte mal, was? Die kann richtig gut bauen? Wie wäre es, wenn du uns dabei hilfst? Oh, ja, aber nur, wenn wir danach in der Unterwasser-Basis heiraten. Warte mal, was? Also, das gehört, Luke? Das kannst du nicht machen, eigentlich. Ähm, ja, aber ich würde sagen, Luke, Luke, sie meinte doch, sie kann richtig gut bauen und sie hat alle meine Videos geschaut. Und sie kann besser bauen als ich. Dann kann die uns auf jeden Fall helfen. Äh, Fan-Mädchen, dann helf uns doch. Wie wäre es damit? Okay, dann helfe ich euch und ich baue sogar ein extra Zimmer, ein extra großes Zimmer für uns beide mit dem Doppeltbett. Äh, ja, genau. Und du kannst hier Gold verwenden. Hier, guck mal hier. Nein, du kannst hier Diamanten verwenden. Das ist besser, das ist besser. So, ey, Luke, du kannst uns weiter bauen. Nein, auf jeden Fall ein Gold ist viel besser. Komm schon, Fan-Mädchen, du kannst uns helfen, aber du baust kein Zimmer für uns alleine. Also, ein Doppelt, mit einem Doppeltbett. Also, das ist ein bisschen sass. Ganz ehrlich, da hätte ich keine Lust. Du machst ein eigenes Zimmer für dich. Oder am besten, du machst gar kein Zimmer für dich. Äh, warte mal, Uri, dein Ernst? Magst du mich etwa nicht? Äh, oh doch, ich mag dich, ich mag dich. Du weißt, was passiert, wenn du mich nicht magst? Äh, was passiert denn? Luke, was meint sie? Äh, ich weiß auch nicht. Was soll denn da passieren, wenn du sie nicht magst? Wenn du mich nicht magst und mich abstoßt oder nicht mit mir zusammenkommst, wenn ich fertig gebaut habe, dann werde ich dich aufessen. Warte mal, aufessen, was? Aufessen? Was soll das denn heißen, wie aufessen? Willst du, bist du etwa verrückt oder? Die ist verrückt, Luke, die ist, die ist wirklich verrückt. Ich glaube, das sind Kannibale, die essen Menschen. Was? Bist du etwa einer von diesen ganz Verrückten? Äh, nee, aber dann habe ich dein Herz und dann bist du für immer eins von mir und dann sind wir für immer zusammen. Äh, nein, wenn du mich isst, dann pupst du das Herz wieder raus, also bist du nicht für immer mit mir zusammen. Nein, dann bist du immer für mich zusammen, let's go! Jo, die ist verrückt, Leute. Okay, ey, Luke, die ist echt sowas von krank. Ganz ehrlich, wir machen hier einfach weiter mit der Unterwasserbasis und du, Fangle, wenn du wirklich mich heiraten willst, dann kannst du dir gerne helfen dabei. Ey, Leute, die wird uns jetzt sowas von helfen und wir werden die komplett pranken. Am Schluss, Jugo, wir schmeißen die weg von der Unterwasserbasis. Ich will doch nicht aufgewechseln, aufgegessen werden, sonst kann ich keine YouTube-Videos mehr machen. So, schnell, 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 wir machen weiter hier vorne, Leute, let's go! Ja, genau, außerdem ist es unsere geheime Basis, die darf da nicht drin wohnen. Ganz genau, ey, und wenn die irgendwie versucht, hier reinzukommen, ne, dann, dann werden wir die rausschmeißen, aber das dürfen wir nicht verraten. Warte mal, was hast du gerade gesagt? Oh nein, Luke, hat sie uns gehört? Äh, du hast gar nichts gehört, das war ein Spaß natürlich. Hm, okay, war das wirklich nur ein Spaß? Leute, was hat die da in der Hand? Oh nein, oh nein, oh nein, Luke, lass uns vielleicht weiterbauen, äh, 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 das war wirklich nur ein Spaß, also das würden wir niemals machen. Keine Ahnung, was du da gehört hast, ich glaube, du hast dich sogar ein bisschen verhört. Ja, hoffe ich doch, weil sonst werde ich am Schluss noch ganz, ganz sauer. Ähm, ja, ja, auf, ja, ja, Leute, was, wir haben gar nichts Schlimmes gesagt. Ehrlich, du kannst die Leute in den Kommentaren fragen. Guck mal, die Leute, schreibt es in die Kommentare, Hashtag Team Blau, Leute, wenn ich nichts Schlimmes gesagt habe. Alle Hashtag Team Blau, Leute, in die Kommentare. Ja, und was mit Hashtag Team Gold? Hä, Juge, was für Hashtag Team Gold, Juge, du weißt Hashtag Team Gelb, oder was? Nein, Hashtag Team Gold, natürlich. Hashtag Team Diamanten, Leute, let's go. An Hashtag Team Gold, let's go. Ich bin Hashtag Team Diamanten, ich, 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 ich will sogar abbehalten, meine Haare blau färben, weil ich Hashtag Team Blau bin. Warte mal, was, du willst, ehrlich, deine Haare nur wegen Hashtag Team Blau, Blau färben? Ey, Luke, wir haben jetzt den ersten Raum hier fertig. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier irgendwas weitermachen, lass uns mal hier vorne so Schwämme nehmen und damit können wir das ganze Wasser hier raus machen aus dem Raum. Let's go, uhu. Und dann können wir hier drin auch atmen. So, sehr gut, Leute. Und dann können wir da drin auch leben, weil wir sind keine Fische. Wir brauchen hier nicht überall Wasser, Leute. Nur, wenn wir Fische wären, dann bräuchten wir hier überall Wasser. Aber wir haben natürlich eine Lunge zum Atmen. So, und dafür brauchen wir Sauerstoff, Freunde. Let's go. Bum, bum, bum. Das ganze Wasser ist weg. Jetzt können wir die ganzen Schwämme wieder wegmachen, Luke. Und Luke, das ist sozusagen unser Mainzimmer, unser Besprechungsraum, ja. Da ist Hälfte aus die Matten, Hälfte aus Gold. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt ganz viele Räume. Und dann haben wir da Räume. Oh ja, lass uns so ganz, ganz viele Gänge mit Räumen bauen, Leute, in andere Zimmern. Aber warte mal, lass mal hier vorne starten, ja, okay. Hier geht's, hier ist der erste Gang sozusagen. Ja, würde ich auch sagen. So, und lass den Gang mit Glas machen, okay? So, und danach machen wir die ganzen Räume, danach machen wir die Innereinrichtung. Aus was machen wir das Glas? Aus blau oder aus gelb? Ich würde sagen, aus blau. Ich würde aus halb blau, halb gelb machen, oder? Halb blau, halb gelb, Junge. Wir können doch nicht alles halb blau, halb gelb machen, Junge. Luke, ich würde sagen... Doch, natürlich. Okay, dann lass das so machen. Ey, ich feiere das Glas richtig. Aber weißt du was? Lass uns das verstärkte Glas benutzen, weil das ist sicherer als das normale Glas. Schau mal, das habe ich hier vorne. Guck mal. Und, ja, genau das. Obwohl, lass uns das normale Glas benutzen. Ich glaube, das sieht toller aus. Da kann man besser durchziehen. Weil das gefärbte Glas, da kann man nicht so gut durchziehen. So, das ist besser, Leute. Und das ist sogar gesichert. Schaut euch das an. Schau mal. Ich baue hier vorne mein eigenes Zimmer, wo du mit mir leben wirst, Okri. Also eigentlich unser beides Zimmer. Äh, warte mal. Was? Ein Zimmer für uns beide? Aber ich baue mir später doch mein eigenes Zimmer. Ich brauche nicht ein Zimmer von dir. Nee, du baust dir kein eigenes Zimmer. Wir werden zusammenleben in meinem Zimmer. Was zum Billy Pups? Auf keinen Fall, Leute. Ey, das meint ihr nicht ernst, Leute. Das meint ihr nicht ernst. Ich werde auf keinen Fall mit ihr in einem Zimmer. Luke, was denkst du, was dann passiert mit in diesem Zimmer, Junge? Ja, ich weiß es echt nicht. Am Schluss, die ist mich auf. Ja, das hört sich nicht sass an, Junge. Das hört sich für... Am Schluss, die frisst mich auf, Leute. Ich kann gerne... Ich bin am Schlafen. Um drei Uhr nachts kommt ihr dann und schaut mir dann so übers Bett. Alter, Junge, was passiert dann, Freunde? Da kriege ich doch Eipreue von der, ne? Das würde ich auf keinen Fall machen. Das dauert hier echt lange mit dem ganzen Raum hier. Weißt du, was? Ich habe eine bessere Idee, Luke. Lass uns mal die Stelle hier vorne markieren. So, zack. Und dann können wir das Ganze kopieren. Dann können wir das Ganze hier nochmal einfügen. Schau mal, mit der magischen Axt können wir das machen. Bam. Jo, war es gerade auch. Nein. Oh ja, doch. Ich zeige dir den besten Trick aller Zeiten, Luke. Wir gehen hier vorne ein. Ey, unsere Basis ist jetzt schon mal richtig krass. Die ist richtig teuer, Alter. Siehst du? Das ist alles aus Diamanten und aus Gold hier vorne. Ey, aber das ist einfach nur, weil du so viel Geld hast, Junge. Ey, das ist nur so 0,00000000001. 1% von meinem ganzen Geld. Junge, Luke, warum bist du eigentlich so reich? Erzähl uns deine Business-Strategie, deine Marketing-Strategie. Ey, also, ich hatte ein Spielzeug und alle Kinder wollten das. Und dann habe ich das an alle Kinder der Welt verkauft. Wie, echt? Was war das für ein Spielzeug? Ja, das war so ein Plastik-Spielzeug, wo man so poppen lassen konnte. Ey, was ist das für ein Spielzeug? Ich glaube, vielleicht kennen das manche in den Kommentaren auch, Freunde. Wie heißt das nochmal? Ich glaube, das hieß Pop-It, oder? Pop-It? Ey, das Spielzeug kenne ich auf jeden Fall nicht. Ich dachte, du meinst irgendwie so Fidget-Spinnet. Also, das kenne ich noch von damals. Aber Pop-It kenne ich nicht. Ich glaube, ich schreibe mal die Kommentare, ob ihr das kennt. Okay, Leute, alle eine 1 in die Kommentare, wenn ihr das kennt. Und eine 2 in die Kommentare, wenn ihr das nicht kennt. Hier vorne einmal mal einblenden, das Spiel Pop-It oder so. Junge, was soll das sein, Leute? Genau, jedes Kind der Welt hat das. Okay, Leute, bin ich echt gespannt, ob ihr das habt. Dann eine 1 in die Kommentare und wenn nicht eine 2 in die Kommentare. Okay, Luke, bevor wir jetzt hier vorne weitermachen, lasst uns mal hier vorne das Wohnzimmer einrichten. Ja, das ist ein Zimmer für uns alle gemeinsam sozusagen. Lass uns hier einen dicken TV alles reinmachen, okay? Ich würde sagen, wir machen hier alles so ein bisschen gelb und ein bisschen blau, oder? Ein bisschen gelb und ein bisschen blau. Und lasst mal hier vorne abschließen, Leute. So, zack. Dann kann das Fellmilch hier nicht reinkommen. Junge, die ist echt verrückt. Luke, wenn die wirklich ein Zimmer für uns beide baut, die sperrt mich da ein im Zimmer oder sowas. Junge, ich habe echt Angst vor der, Leute. Ich meine, es kommt nicht ernst. Egal, Leute, wir müssen weitermachen. Okay, so, zack. Wir bauen schnell weiter, bevor die gleich noch richtig sauer wird. Beeilt euch, mein Lieber. Ich bin in meinem Zimmer schon fast fertig. Hast du das gehört, Luke? Okay, wir beide uns. Ja, ich bin gut. Lass mal hier innen aus. Ich nehme hier jetzt mal kurz. Ich habe eine richtig gute Idee. Ganz viele gelbe Sachen. Wir fangen hier ein richtig tolles, äh, tolles TV hier rein. Schau mal, hier. Zau dir das mal an. Oh, ist der cool. Ja, lass uns das machen. Ey, ist der mega, oder? Und runter machen wir Goldblöck und Diamantblöcke. Ey, wir können nicht alles aus Gold- und Diamantenblöcke, Mann. Ist das dein Ernst, Luke? Und dann haben wir hier die gelben Sofas und dann nehmen wir noch blaue Sofas. Und die blauen Sofas. Bam, Junge. Ja, genau. Das sieht so toll aus. Ey, ich sage es euch ehrlich. Die blaue und die gelbe Farbe passt auch so gut zusammen, oder nicht? Ja, finde ich auch. Guck mal, das ist so wie Sonne, die Sonne und das Meer. Und das passt perfekt zusammen, oder nicht? Wir passen einfach gut zusammen, okay. Let's go. Ja, wir passen perfekt zusammen. Und ich sage euch, viel besser als rot und blau, oder nicht? Ja, finde ich auch. Also rot und blau passt nicht so gut zusammen. Aber rot und gelb, rot passt richtig gut zusammen. Mit welcher Farbe passt rot richtig gut zusammen? Äh, mit Pupsi, oder? Mit Pupsi? Nein. Mit Billy. Mit welcher Farbe? Eigentlich schon. Mit dunkelblau? Hm. Ich würde sagen, mit orange passt das gut, auf jeden Fall. Und mit pink. Ja, würde ich auch sagen. Oder blau passt irgendwie auch voll toll mit orange. Guck mal, lass uns mal hier vorne einen richtig coolen Teppich reinmachen. So, zack, zack, zack. Ja, wollte ich gerade auch machen. Und dann so. Oh, guck mal, lass mal so einen Teppich reinmachen. Ey, das sieht auch mega cool aus, oder? Zack, zack. Ja, ich auch mal. Ey, aber Luke, was machst du? So, jetzt haben wir einen Teppich drin. Boah, jetzt ist auch richtig gemütlich hier drin. Okay, was bauen wir noch in unserem Fluss? Aber weißt du, was mir noch nicht gefällt? Guck mal, hier ist blau und dann ist hier gold. Wir müssen die tauschen. Ah, stimmt. Hier vorne muss gold hin. Und da muss gold hin. Und was kommt in die Mitte? Hier vorne kommt mein Sofa hin. Und zack, so, let's go. Ey, Luke, aber weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen eine Küche, okay? Lass uns eine Küche machen. Ja, stimmt. So, okay, wo machen wir die Küche? Ich würde sagen, hier links ins Eck, oder? Ins Eck, okay, abgemacht. Wir machen die Küche ins Eck hier vorne rein, okay? Dann können wir hier Essen machen für unsere ganzen Freunde. Und wir müssen natürlich noch Zimmer für unsere Freunde machen. Okay, aus was machen wir die Küche? Wir brauchen einen Herd, Leute. Hier vorne haben wir einen Herd. Let's go. Sag mal, ich hab hier schon mal hier so. Hände waschen und Gemüse waschen. Gemüse und Hände waschen ist auch wichtig, Leute. Ey, aber Luke, Junge, du machst ja hier alles aus gelb. Ah, hier Hashtag Team Blau. Wir brauchen ja auch Blau. Ey, bald, kommt ein Hashtag Team Blauzong. Ich sag's euch, Alter. Langsam reicht's mir. Alle müssen akzeptieren, dass Hashtag Team Blau einfach die beste Farbe ist aller Zeiten, Freunde. Nein, Hashtag Team Gelb ist besser. Ne, bald kommt ein Song, Leute. Hashtag Team Blau. Wenn ihr auch einen Song haben wollt, dann jetzt alle Liken abonnieren, Leute. In drei Sekunden. Und dann kommt ein Hashtag Team Blauzong auf euch zu, okay? Ich bin dann auf jeden Fall schon am Arbeiten da dran. Leute, wenn wir auf diesem Video alle Likes da lassen und abonnieren, dann kommt ein Hashtag Team Blauzong bald. Auf drei, zwei, eins und let's go. Wow, was, Leute? So viele haben Hashtag Team Blau reingeschrieben. Das heißt, wir werden einen Song machen, auf jeden Fall. Aber erst mal müssen wir zu Ende bauen. Beeilt euch mal, mein Zimmer ist fast fertig für mich und Okri. Oh, was zum Bidipups. Oh nein, ich brauche ein eigenes Zimmer. Ich muss das schnell da vorne hin gleich bauen, bevor sie gleich hier ausrastet und ein Zimmer für mich baut. Aber wir brauchen hier vorne noch so Küchenschränke. Ey, ich baue hier oben was hin. Oh, guck mal, hier haben wir so eine Kühlbox. Platzieren wir mal hier vorne, zack. Den Kühlschrank brauchen wir natürlich auch. Sag, guck mal, wie gut das aussieht, Okri, hier. Ey, warte, zeig mal, zeig mal her, Junge, zeig mal her. Boom. Yo, das sieht mal sowas von geil aus. Let's go. Einfach die Küche so. Okay, und dann mach ich. So eine Insel, so eine Kücheninsel sogar. Ey, das feiere ich auch richtig. Das feiere ich auch richtig, Junge. Mega geil. Leute, wir haben eine Kücheninsel. Wir haben alles, was wir brauchen eigentlich. Warte mal, aber ist irgendwie falsch herum. So. Hä? Machen wir das so herum. So herum. Ja, ganz genau. Ah, so ist richtig. Let's go. Let's go, Leute. Jetzt können wir hier einfach. Guck mal, man kann sich hier hinsetzen, TV schauen und dann sogar was snacken, Leute. So ein Kinofilm. Was ist neu im Kino? Ja. Was ist dein Lieblingsfilm? Sag's mir mal, verrat's mir. Mein Lieblingsfilm ist Spider-Man. Spider-Man. Ey, ich liebe Spider-Man. Das ist sowas von cool. Aber ich fände es cooler, wenn Spider-Man blau wäre. Ich sag's dir so, wie es ist. Ich fände es cooler, wenn Spider-Man gelb wäre. Oh, Mann. Welcher Superheld ist blau? Captain America ist blau, oder? Der ist mehr blau als rot. Der ist aber auch rot. Ja, die sind alle ein bisschen rot. Ja, okay, egal. Blau und rot passen irgendwie auch gut zusammen. Lass uns mal hier auch was Gesundes reinmachen. So einen Apfel, einen goldenen Apfel und einen Apfel. So, zack. Zack, let's go. Du liebst doch Gold, oder nicht? Das ist doch dein Lieblingses. Ja, natürlich. Deshalb habe ich nur goldene Äpfel reingetan. Ey, und weißt du, was auch richtig lecker ist? Goldene Karotten. Stellt euch vor, es gibt einfach im echten Leben goldene Karotten. Wo sind hier unsere goldenen Karotten? Hier vorne. Ey, weißt du, wo ich die reinpacke? Hier vorne in die Kühlbox. Und wir bauen natürlich noch was richtig krasses. Haben wir irgendwie Eis oder sowas? Boah, das wäre sowas von lecker. Leute, hier vorne haben wir Meloneis. Ey, Meloneis ist sowas von lecker. Vor allem im Sommer. Das feiere ich richtig, Leute. Und wir haben hier noch viel, viel, viel mehr Essen. Das können wir hier auch alles noch reinpacken. Wir haben hier noch Torte. Boah, Torte haben wir auch. Ey, wir können hier einfach alles in der Küche zubereiten. Okay, Luke, ich würde sagen, die Küche ist fertig, oder? Ja, würde ich auch sagen. Sieht gut aus, oder? Sieht super toll aus. Wir können hier vorne eigentlich noch oben ein paar Küchenschränke platzieren. Was würdest du davon halten? Guck mal, hier vorne platzieren wir die. Ja, das finde ich auch cool. So, findest du die toll? So, aus Holz, das sieht cool aus. Ja, oder vielleicht aus anderem Holz. Was sagst du? Vielleicht. Kommt drauf an, wie welches es ist. Ich würde sagen, so, das Holz sieht nochmal toll aus, oder? Ja, das ist noch besser, ja. Da oben platzieren wir das. Da hast du recht, okay. Das sieht richtig cool aus. Und, Leute, wir bauen natürlich einen Topf, Junge. Das werden wir ja auch nicht vergessen. So, zack. Stimmt. Boom, der Topf kommt hier vorne hin. Ha, let's go. Sag, damit wir auch was kochen können. Ja, ganz genau, Leute. Okay, jetzt haben wir hier vorne unsere Küchenschränke. Und wir haben sogar einen Topf zum Kochen, Freunde. Sehr gut. Und jetzt sieht es einfach so was von cool aus. Was brauchen wir noch in unserem Wohnzimmer, Luke? Äh, ich würde sagen, wir brauchen noch Lichter. Lichter? Äh, hier ist doch schon hell genug, oder nicht? Weil hier ist Kamin. Aber guck mal, hier ist ein richtig dunkles Eck. Äh, okay, so hast recht, Luke. Dann lass uns hier vorne ein paar Laternen nehmen. Lass uns hier vorne... Wir haben ja hier so gelbe Laternen, so orange Laternen und so blaue Laternen. Die können wir hier einmal oben platzieren. So, zack und zack. Und hier vorne platzieren wir die, äh, orangen Laternen. Trimmt, das ist richtig schlau. Ich finde das richtig gut. Und dann würde ich es hier aber auch nochmal machen, irgendwie. Hier unten können wir die nochmal platzieren. Und da oben auch. Ja, let's go, Leute. Oh, das sieht sowas von cool aus. Aber warte mal, jetzt sind die beide blau. Äh, in die Mitte kommen noch zwei gelbe. Und nochmal eine blaue. Okay, dann kommt hier nochmal eine gelbe hin. Ja, Junge, Junge. So, okay, warte mal, lass uns mal noch die Goldblöcke schnappen. So, jetzt tun wir hier die gelbe Laternen hin. So, wie findest du das? Okay, das sieht echt cool aus. Ja, das sieht gut aus. Okay, ey, Leute, jetzt müssen wir weiter zum nächsten Zimmern. Ey, Luke, wir bauen ja auch immer Essen in unserer Unterwasserbasen. Junge, was baut die da? Was baut die da, Luke? Das sieht ja riesig aus. Das sieht ja richtig krass aus. Warte, ich, ich, ich schau's mir mal an. Ey, lass uns das mal gemeinsam anschauen. Luke, warte, 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 bevor wir uns das anschauen. Warte, warte. Hier, ich hab was, ich hab was, womit wir uns das anschauen können. Komm zu mir, komm zu mir. Hier, der Unsichtbarkeitsschal. Kennst du den? Was? Ja, den kenn ich. Und bam. Okay, Leute, wir haben jetzt einen Unsichtbarkeitsschal. Ich kenn die Leute. Die ist richtig verrückt. Deswegen, wir waren unsichtbar, okay? Komm, da rein. Komm, jetzt müssen wir hier rein. Alter, die hat da ganz viele Diamanten hinplatziert. Das riecht toll eigentlich aus. Viel besser als bei uns, hab ich's Gefühl. Ja, find ich auch. Oh, Mann. Aber die fiegt ein bisschen Gold noch. Ja, ich glaub, sie hat nur Diamanten platziert. Weißt du, was hat die da an? Was ist das? Hä? Ich weiß es nicht. Sieht aus wie ein Anzug. Richtig da irgendwas. Alter. Oh nein, sie hat uns gehört. Lass uns weg, lass uns weg. Sie hat uns gehört. Schnell weg, schnell weg. Oha, wie sind sie? Was ist mit unsichtbar, Leute? Schau dir das an. Okay, alles gut. Sie hat uns nicht bemerkt. Sie hat uns nicht bemerkt. So, schnell wieder ausziehen. Okay. Luke, lass uns weiter, Mann. Lass uns hier vorne weiterbauen. Ey, wir müssen besser als die bauen. Wir müssen besser als die bauen. Keine Ahnung, was die da baut. Aber ich brauche auch ein Zimmer. Okay, ich wollte irgendwie sagen, was wir hier reinmachen müssen. Was sollen wir denn hier reinmachen? Ey, wo sollen wir hier eine Farm reinmachen? Weil wir brauchen ja irgendwoher noch unser Essen, oder nicht? Wir brauchen ja auch Essen. Ja. Ganz genau, lass uns eine Farm reinmachen. Und dann in so eine Farm, wo wir Karotten anpflanzen, wo wir Äpfel anpflanzen. Aber Äpfel können wir nicht anpflanzen. Goldene Äpfel. Doch, goldene Äpfel kann man anpflanzen. Kann man goldene Äpfel anpflanzen? Anpflanzen? Ich weiß gar nicht. Natürlich, du pflanzst einen Baum. Und dann machst du den goldenen an. Als ob das funktioniert, Luke. Ich weiß nicht. Natürlich funktioniert das. Da wäre ich mir nicht so sicher. Warte mal, wir machen das Ganze hier schneller. Wir nehmen uns eine Axt, Leute. So, zack. Dann markieren wir uns einmal hier vorne die Stelle. Bam. Wir gehen hier einmal rüber. Markieren uns die Stelle. So. Und jetzt werden wir hier vorne das Ganze kopieren. So wie eben. Und jetzt gehen wir hier einmal rüber auf die andere Seite. Und wir tun hier vorne das Ganze platzieren, Leute. Und zack, zack, paste. Boom, Leute. Let's go. Jetzt schau dir das an. Jetzt haben wir hier vorne wieder einen riesigen Gang reingemacht, Luke. Und Luke, weißt du, was wir mitmachen können? Was können wir damit machen? Wir können jetzt hier vorne eigentlich direkt die Farm reinbauen, würde ich sagen, oder? Ja, stimmt. Ja, ich glaube, das ist groß genug so. Das ist groß genug. Ey, wir machen hier eine riesige Farm rein. Sollen wir hier auch richtig viele Kühe und so reinmachen? Ja, würde ich schon sagen. Das braucht man ja auch. Ja, ja, ja. Vielleicht auch. Nee, schon so für Kuchen. Ganz, oh, stimmt. Können wir hier eine Milch benutzen. Genau. Zack. Aber, aber, Luke, Luke, wenn wir die Kuh hier, ähm, wenn wir die, ähm, essen werden, ne? Ich werde die dann nicht, äh, du weißt du, schlachten in Minecraft? Ja, ich, ich glaube, ich werde das auch nicht machen. Ich traue mich das gar nicht, Leute. Wir essen hier. Auch nicht. Nee, 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 nee. Wir bleiben vegan. Wir bleiben vegan in Minecraft. Ganz genau vorne. Nee, vegetarisch. Vegetarisch, ja, ganz genau. Weil die Milch essen wir ja. Sonst, wenn wir die Milch nicht ertrinken würden von der Kuh, dann würden wir komplett vegan sein. Wir sind einfach vegan in Minecraft. Schau mal, ich habe hier vorne sogar schon was für die Kuh hingebaut. Einen Zaun. Ja, das sieht richtig gut aus. Ja, aber die Kuh kann doch nicht hier auf, äh, auf Diamanten und auf Gold schlafen, oder? Äh, warum nicht. Junge, welche Kuh schlägt auf, die brauchen Gras zum, das ist ihre Nahrung, die leben auf Gras. Das ist halt einfach eine reiche Kuh, Uri. Junge, eine reiche Kuh. Wie soll die denn aussehen? Soll die Diamantenrüstung anhaben? Nee, lass uns mal. Ja, die hat so eine Goldkette und so eine Rolex, weißt du? Ja, wahrscheinlich eine Kuh mit einer Rolex. Wo sollen die die Rolex tragen auf den Beinen, oder was? Sie haben gar keine Arme. Ja, genau, oder am Halt. Ich kann die Uhren gar nicht lesen. Schau mal, hier vorne platzieren wir mal so ein kleines Kuhpüsch. Das sieht voll lustig aus, voll süß. Und jetzt platzieren wir hier drin richtig viele Kühe, Leute. Und das ist unsere Kuhfarm sozusagen. Let's go, Leute! Und von denen können wir uns jetzt einfach in den Eimer schnappen. So. Und dann können wir einfach die melken. Und dann kriegen wir Milch, Leute. Und können daraus Kuchen machen in Minecraft. Let's go! Und wir brauchen natürlich auch Eier. Dafür brauchen wir Hühner, Leute. So, zack. Wir stappen schnell Hühner. Wo haben wir Hühner? Wir haben hier... So, jetzt passieren wir hier voll ganz, ganz viel Chicken. Ey, was magst du mehr? Chicken oder Kuh? Äh, ich mag Chicken mehr. Chicken mehr. Aber auch so zum Essen? So Chicken Wings? Äh, ja. Bei KFC zum Beispiel. Chicken Nuggets bei KFC. Wir müssen mal eine KFC-Bautschallenge machen. Dann können wir hier einen neuen KFC reinbauen. Inselmuxilien. Oh, Alter, wie gut sieht das denn aus mit so einer Brücke? Hier ist so eine kleine Brücke. Genau. Und dann mache ich hier noch Wasser rein. Ey, und dann machen wir hier eine Ernte. Ja, ganz genau. Dann ernten wir hier richtig gute Sachen. Zum Beispiel... Goldene Äpfel, die wir anpflanzen. Aber ich glaube, das funktioniert gar nicht. Ja, und goldene Karotten auch. Lasst uns goldene Karotten nehmen. Und lasst uns Kartoffeln nehmen. Die können wir auch an. Oder am besten Weizen. Dann haben wir Brot. Und Weizen braucht man eigentlich gefühlt für alles. Hier schnappen wir ein paar Weizenkörner. Lass die mal hier anpflanzen. Ah, warte, wir brauchen auch noch hier vorne eine Hacke. Womit wir hier vorne alles aufmachen können. So, damit wir auch die Sachen anpflanzen können. Zack, zack, zack. Jetzt passieren wir hier vorne die Weizen. Und auf der rechten Seite passieren wir Karotten, okay? Ja, das machen wir so. Und ey, wir können hier eigentlich auch... Anpflanzen. Ey, aber warte mal. Wir sind ja unter Wasser. Also im Untergrund. Ich weiß gar nicht, ob es so gut ist, Leute, hier vorne Sachen anzupflanzen. Doch, das tut. Weil wir haben ja hier die Lichter. Das ist sehr gut. Stimmt. Aber ich glaube, man muss das mit Glowstone machen. Man muss das mit Leuchttel machen. Ist die sicher, okay? Ich glaube, nur der kann genug Licht erzeugen, um hier vorne alles, um die Sachen wachsen zu lassen. Ohne Glowstone schaffen wir, sonst wächst das gar nicht. Wusste ich nicht. Doch, das ist so. Ich bin Minecraft-Physik-Experte, Leute. Denn im Untergrund können die Sachen gar nicht wachsen. Außer du hast halt Glowstone. Dann wachsen die Sachen super, Leute. Du bist Minecraft-Pro und ich bin einfach reich. Ja, let's go, Leute. Einfach, Luke ist der reicheste Minecraft-Spieler auf der ganzen Welt, habe ich das Gefühl. Oder zumindest in der ganzen Movie City. Nicht nur der ganzen Welt, im ganzen Universum, Mukri. Denkst du, es gibt in keinem Universum der reicher ist in Minecraft als du? Ja, natürlich nicht. Junge, Junge, Junge. Einfach hier Pop-In-Store in Minecrafts in Mukri City aufgemacht, Leute. Und dadurch ist der super reich geworden. Okay, was haben wir jetzt hier vorne angepflanzt? Weizen und hast du Karotten angepflanzt? Äh, nee, erst mal nur Weizen, weil wir brauchen erst mal ganz viel Brot. Okay, ich würde sagen, Karotten brauchen wir eh nicht, Junge. Karotten esse ich eh nicht so viel. Aber Karotten sind super gesund. Eigentlich müssen wir davon was essen. Äh, was macht die Babykuh hier oben? Junge, das ist ein Stofftier. Äh, Babykuh, wieder reingehen. Das ist ein Stofftier, Luke. Alter, ob du es nicht gesehen hast. Hast du so ein Stofftier? Ey, aber wir brauchen natürlich auch noch Essen für die Hühner. Und weißt du, was die essen? Genau, Weizen. Das ist eigentlich auch voll gut. Und was essen die Kühe? Die essen auch Weizen. Ja, ein bisschen was essen. Oh, jetzt machst du ganz viele Babyhühner. Lol. Ich glaube, die Kühe, die essen Weizen. Also ausgereifte Weizenkörner. Das heißt, wir können hier auch Babykühe machen. Und? Haben wir eine Babykuh? Ja, wir haben eine Babykuh. Ja, wir haben eine Babykuh. Jetzt haben wir sogar kein Babykuh-Stuftier, sondern auch eine echte Babykuh. Ey, Leute, das ist sehr gut. Ey, guck mal, die ist ganz braun. Die nennen wir Billy, okay? Die, die ganz braun ist, die nennen wir Billy, Junge. Ey, die sind so verrückt nach Weizen. Aber zum Glück haben wir hier ganz viele Weizen angepflanzt. Können wir das sozusagen denen zu essen geben, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, wir haben genug Essen, um einen richtigen Tsunami zu überleben hier unten. Jo, Junge, was für ein Tsunami. Ich habe das Gefühl, der Tsunami ist gar nicht mehr so schlimm. Weißt du, was noch viel schlimmer ist? Oh nein, ich mache die Hühner hier kaputt. Dein Fan. Dein Fan, Junge. Mein Fan ist noch schlimmer, das Fanmännchen. Weil die, Junge, die ist komplett verrückt. Ja, ich sehe es auch. Die Hühner sind runtergefallen. Warte, Leute, wir haben ein Problem. Die Hühner sind nicht mehr in unseren Bars und so. Oh, ups. Ok, hast du gesehen, was dein Fan gebaut hat? Nee, ich habe keine Ahnung, aber hier vorne sind ganz, ganz viele Chicken Nuggets, die wir jetzt essen können. Tut mir leid, ich glaube, ich habe die aus Versehen in den Dock gebackt. Ey, warte mal, wir müssen das ganze Wasser hier wegmachen. Was macht das ganze Wasser hier? Leute, was baut sie jetzt? Ey, das ist noch von deinem Fan. Was baut sie jetzt? Oh, das sieht irgendwie schon cool aus, Luke, oder nicht? Sag mal ehrlich, so mit dem Gang. Guck mal, hier ist ein blaues Fenster. Alter, was ist das denn? Luke, was ist das? Jo, hier ist einfach Diamant. Natürlich nicht Diamant, hier vorne ist ein Herz. Alter, ist das mein Herz? Ist das mein Herz, Luke? Äh, nee, das ist wirklich ein Herz. Das ist mein Herz, oder? Und ich habe kein Herz mehr, das ist mein Herz. Okay, du krieg ganz ruhig, du lebst noch. Bedeutet, es kann gar nicht dein Herz sein. Oh, okay, okay, gut, Alter. Ich dachte aber, von wem ist das dann sonst, das Herz? Hä? Ich weiß es nicht. Falls ihr euch fragt, von wem das Herz dort vorne ist, das ist auf jeden Fall von einem, wo ich davor sein Fan war. Hä? Warte mal. Ja, war davor ein Fan von einem anderen? Äh, warte, ich weiß von wem. Äh, okay, das ist nicht gut. Das ist rot. Weißt du, wer rot ist? Jedes Herz ist rot. Äh, aber vor allem Samlackis Herz. Das ist noch rot. Warte mal, denkst du, ist Samlackis Herz gestohlen? Ja, ich glaube schon. Ey, wem gehört das Herz? Sag ehrlich. Hm, das gehört, hm, zu einem roten Typen. Ich war sein größer Fan, aber er mochte mich nicht. Jungen, die ist wirklich verrückt. Ey, wenn wir nicht, wenn wir jetzt nicht nett zu dir sind, dann steht hier unser Herz. Jungen, die ist verrückt. Äh, äh, Fangio, guck mal, wir helfen dir dir. Fangio, wir helfen dir sogar beim Bauen. Schau, wir haben das ganze Wasser hier weg. Wir sind super nett. Oh ja, oh ja, oh ja. Genau, zack, hier einmal. Ups, das ist ein nasser Schwamm. Oh nein, gar nicht gut. Ich muss einen normalen Schwamm platzieren, Leute. Gott, hier vorne haben wir den normalen Schwamm. Und hier, jetzt ist fast alles trocken. Ganz genau, hier auch ein bisschen. Zack, 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 Leute. Ey, wir sind super nett. Du musst uns gar nicht irgendwie umbringen oder sowas in Minecraft. Genau, du kannst auch hier wohnen. Ja, du kannst auch mit uns hier leben. Ich wusste doch, dass ihr nett seid, eine Wahrheit, und mich sowas von liebt. Oh ja, wir lieben dich. Ja, natürlich. Wie kann man das nicht? Wie kann man dich bitte sehr nicht lieben? Du bist doch die beste Bauerin. Das sieht sogar voll cool aus, muss man ehrlich sagen. Ohne Spaß. Guck mal, ich mache hier sogar die Decke für... Hier alles zu Ende für dich. Sehr schön. Und wenn du willst, können wir sogar zusammen leben in diesem Zimmer mit einem Diamantenbaum. Okay, das ist dein Geschenk. Alter, du liebst ja Diamanten. Einen Diamantenbaum. Äh, einen Diamantenbaum? Junge, als ob es sowas überhaupt gibt. Ey, das ist ja voll cool. Es gibt nur einen Goldapfelbaum. Äh, ja, aber einen Diamantenbaum gibt es, glaube ich, auch. Ey, ist das wirklich... Warte mal, wachsen da ja die ganze Zeit Diamanten. Was passiert, wenn ich die wegmache? Zack. Die Diamante ist wieder nachgewachsen. Wie ging das? Luke, hast du es gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Das ist ja voll krass. Alter, das ist übel krass. Okay, ähm, also ich würde sagen, äh, Fangirl, ähm, wir sind dann auf jeden Fall fertig. Ey, ey, warte, 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 warte. Bevor wir jetzt wieder... Ey, 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 ey. Luke, Luke, Luke. Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her. Was ist, was ist? Was ist? Siehst du, hast du dir auch die Käfigpfeile? Siehst du das? Gib sie mir auch mal. Okay, okay, Luke, hier vorne. Ich hab die ganze Video gegeben. Ja, danke. Guck mal, wir platzieren die hier, wir locken die hier hin. Und danach fällt die drauf ein, okay? Guck mal, hier vorne, hier vorne, hier vorne. Okay, Fangirl, komm, wir wollen mit dir frühstücken, ein bisschen was essen in der geheimen Basis. Wir sind ja jetzt fertig. Genau, komm rüber. Ich esse am liebsten eure Herzen. Warte mal, was? Ja, ja, komm her, komm her, komm her. Ups. Wir haben dich gefangen. Okay, du wirst auch gefangen. Jetzt komm raus hier. Okay, okay, ich wurde gefangen. Oh nein, oh nein, oh nein. Warte, was? Weißt du was? Sie baut sich gerade raus mit einer Schaufel. Die kommt da, nein, 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 die kommt da nie wieder raus. Nicht mit einem Diamantenmesser, was? Luke, das, die können wir gar nicht abbauen. Schau, man kann das gar nicht abbauen. Siehst du, keine Chance. Das kann man nur abbauen, wenn es dir selber gehört. Das heißt, ich könnte es jetzt abbauen. Bist du dir sicher? Ja, guck mal, ich kann es abbauen, aber sie kann es nicht abbauen. Ey, du brauchst doch nicht ab, du schlägst dich sonst noch. Du bist jetzt dafür überdrehen. Okay, ich hasse dich, ich bin nicht mehr ein Fan. Ich hasse dich über alles. Ich bin wieder zum Lucky's Fan. Warte mal, den habe ich ja aufgegessen. Warte mal, was? Okay, Luke. Warte mal, Luke. Wollen wir nicht zum Lucky's Herz noch mitnehmen? Ich weiß nicht, vielleicht können wir ihn irgendwie wiederbleiben, Leute. Ich kann ihn ja... Oh, Luke, Luke, ich bin wieder eingesperrt von deiner Pfanne. Ey, weißt du was? Du musst nicht mal aufpassen. Lass dich einfach da drin. Guck mal, das sieht voll cool aus. Sie hat dir das bisschen geholfen. Und jetzt haben wir sozusagen ein Gefängnis dort und wir sperren sich einfach ein. Okay, Leute, das ist uns... Ich hasse euch. Ich werde euch alle auffressen. Äh, Luke. Oh nein, oh nein, oh nein. Die wird uns auffressen. Die ist da gefangen. Oh nein. Luke, also ich sag ehrlich, sollen wir hier überhaupt leben, der Unterwasser-Bas? Ich hab ein bisschen Angst vor der. Äh, ich glaube, das ist wie wenn man direkt an einem Wald lebt, wo Monster leben. Ich will das nicht. Alter, ich hab auch keine Lust. Sollen wir die Bars in die Luft sprengen mit TNT? Äh, ja, würde ich sagen. Aber ich nehme mir kurz noch einen goldenen Apfel mit. Zack, let's go. Okay, lass das nicht mal. Die Bars ist so cool geworden. Die können wir vielleicht später irgendwann benutzen. Leute, ich würd sagen, aber erst mal hauen wir ab, wo der Unterwasser-Bas ist. Oder, weißt du was? Wir schauen jetzt den Fernseher hier in einen coolen Kino-Film. Die kann da, ist auch egal, Luke. Okay, oh nein, ich hab jetzt das ganze Teppich hier weggemacht. Egal, weißt du was? Wir setzen uns jetzt hin. Wir schauen gemeinsam den Fernseher. Und das ist unsere Unterwasser-Bas geworden. Die ist super cool, super sicher. Wir haben hier sogar ein paar Pfeilen platziert. Leute, lasst ein Like da gerne. Abonniert gerne auch meinen Freund Luke. Denn er macht auch jeden Tag richtig coole Videos auf seinem Kanal. Und Leute, was müsst ihr auch noch machen? Und die Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst, Freunde. Ganz genau. Und bald kommt Hashtag Team Blau-Merch raus. Und ein richtig geiles Song, Leute. Vertraut mir. Und bald kommt Hashtag Team Geld-Merch raus. Let's go, Freunde. Let's go. Ey, Luke, du wirst... Oh, was? Nein, ich hab die Warte kaputt gemacht. Freunde, drückt schnell auf die nächste Folge. Schnell, 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 bevor das Feld mich auspasst. Ah, ich bin ausgebrochen. Kommt her an. Oh nein, Luke, abhauen. Drückt auf die nächste Folge. Schnell, 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 schnell. Nein.